Herzlich Willkommen bei INTOLTUNE HILL HOW TO SING A BUILDING ganz genau und ich stelle mir etwas ganz hässliches jetzt darunter vor aber die eigentliche Aufgabe Jonas übrigens ich bin Brian und das ist der Jonas und wir haben uns die Aufgabe gestellt wir suchen Gebäude oder Lieder raus und suchen nachher, je nachdem mit Gebäude oder Lieder das Gebäude oder das Lied beschreiben heute haben wir das Gebäude rausgesucht beziehungsweise ich habe das Gebäude rausgesucht und wir haben beide einen Song dazu, der matchen soll das Gebäude selber ist Yves Saint Laurent im Musil in Marrakesch Jonas, vielleicht... Ah... Vielleicht gerade am Anfang, was hast du für ein Gebäude gehalten? Ähm... Du siehst vielleicht, wieso ich es gerne hätte Ja, Bachstein, oder? Ja, vielleicht aber ich finde auch die ganze ich finde die ganze Konstruktion aussen vor allem ist mega stimmig auch mit Verhältnissen Vielleicht erklären wir mal das Gebäude zuerst, bevor wir es bewerten Ok Was haben wir da? Also offensichtlich, es ist ein Museumsbau Es ist ein Museumsbau Es ist ein Museumsbau Es sind alles, glaube ich, bis auf das Auditorium Aussenräume, so wie ich das lese Ah, ja Genau, das ist das Auditorium Und das hat wahrscheinlich auch etwas mit der Kultur zu tun Und das Klima Es ist ein sehr warmes Klima Und dementsprechend braucht man halt auch die Durchlüftung Amigens ist man froh, wenn es etwas Schatten in den Räumen hat Weisst du, wieso, dass die dort gebaut? Wieso Yves Saint Laurent in Marques? Ich habe keine Ahnung Ok So einfach ist Ich habe keine Ahnung Ich weiss es nicht Ich bin darauf gestossen Ich habe mir in diesen Ferien vorgenommen, jeden Tag einen Artikel ARK Daily lesen Insofern sind es zwei gewesen Nein Aber es sind nicht ganz so viele wie jeden Tag einen Auf jeden Fall, das ist einer der ersten Artikel, auf die ich gestossen bin Mich hat das gerade angesprochen Sowohl der Was ist das? Der Sandstein Äh, der Rakota ist gestanden Der Rakota sogar Also wunderschön Wunderschöne Farbe In Kombination mit dem ein bisschen irdisch rötlich-braunem Super Super Gefällt mir mega Was sind denn so deine ersten Impressionen gewesen? Oder was willst du zu dem Gebäude jetzt sagen? Also ich habe mich Also ich habe mich Es hat mich instant halt von dem Prinzip her an Fundazione Prada in Milan erinnert Also dass ein grosser Mode Label eigentlich ein Museum baut So und entsprechend habe ich es auch immer damit verglichen in meinem Kopf Das habe ich einfach nicht abstellen können Mhm Ähm Ich finde es grundsätzlich immer so natürlich Es ist Zweifel ist einfach schön Mal als erstes Also es ist einfach Aber es ist jetzt nicht Ich habe es auch glücklich und denke Ja Schön Also es ist etwas Neues oder so Sie verwenden lokale Materialien und Farben Sie gehen auf die lokale Kultur ein Ist super Ist aber jetzt nicht etwas weltbewegend Ist etwas, was ich eigentlich finde Es sollten alle machen Obwohl es nicht alle machen Aber Es müsste normal sein So Es müsste selbstverständlich sein Ähm Ansonsten Architektonisch finde ich es jetzt nicht Ist es eben nicht so Wie soll ich das sagen Es erinnert mich ein wenig an An Zeiten, die schon vorbei sind Es ist sehr räumlich und sehr körperhaft Mhm Und eigentlich überhaupt nicht konstruktiv Mhm Was überhaupt nicht während ist Mhm Es ist einfach Ich finde auch nicht immer so eine ZHW Konstruktionsgeilheit Ist auch nicht immer Das Masse der Dinge Obwohl sie das Gefühl haben Ähm Es ist zweifellose Wunderschöne und gute Verwendung Von den Materialien Mhm Und es ist, was ich eben cool finde Ähm Was heute ja wieder etwas aufkommt Ist eigentlich die Liebe zum Material Mhm Und das wird zelebriert Also eines die Kombination Aber auch die individuellen Materialien Materialien Das gleiche Material wird Zwischend ein eingesetzt Mhm Das wird wirklich Also da es wirklich Da ist wirklich Da ist wirklich Da ist wirklich Knienet eine weisse Wand Die ää Mein Erzfeind Die weisse Wand Weisst wirklich Es ist wirklich Es ist wirklich Es ist alles Es ist alles konstruktion im vordergrund tritt bei der kunst oder das ist auch kein weiss event ist das jetzt positiv oder negativ? es funktioniert immer ich finde das genau das schöne dass das wahrscheinlich auch über das programm nicht unbedingt die die struktur braucht die vielleicht irgendwie eine fabrik hat oder ein wohngebäude hat vor allem ist es schwierig zu sagen aber ich habe das gefühl vor allem durch das dass es für ein modellabel ist das auch repräsentativ sein muss das gebäude kannst du dir in diesem leistet einfach einen Raum machen wie die Halle, eigentlich der Hof der rund ist und nichts weiteres entsteht als das Yves Saint Laurent Zeichen die Wand die nicht einmal im Zentrum steht sondern im Zentrum ist die Rinnen was auch völlig cool ist eigentlich also ich finde das eben geil dass sie in dem Gebäude wirklich du sagst eben dass sie zurück zur Form gehen zurück zu den Räumen gehen eigentlich Räume zu bauen und ich finde das ist das was sie ein bisschen gemacht haben statt einfach nur für den Nutzen zu bauen definitiv was auch cool ist ist dass sie ein modellabel sind können sie sagen wir bauen das Museum so wie wir wollen ja definitiv aber mir jetzt recht erstaunt warum du das Gebäude gewählt hast das ist ja offensichtlich ein Projekt wo es so nur in unserem heutigen kapitalistischen System so vorgestellt wie es heute ist kann funktionieren ja und stattfinden also und da hätte ich jetzt von dir als alter Kapitalismuskritiker und als alter Marxist hätte ich das nicht erwartet ja es ist vielleicht es ist vielleicht nicht das Ideal vielleicht aber ich finde es einfach es hat ihnen die Möglichkeit gegeben durch das dass sie Geld zum Verbrennen haben wie blöd es hat ihnen die Möglichkeit gegeben auch so zu bauen wie wir vielleicht bauen wollen und wir haben vielleicht nicht immer die Möglichkeit das heisst ja dass die Firmen gar nicht immer böse sind das habe ich auch nie gesagt wir waren gerade in der letzten Diskussion ich habe nicht gesagt dass Firmen nicht immer böse sind das ist von dir gekommen von deinem Mund ich habe noch nie gesagt dass es nicht der Fall ist aber ich meine also definitiv eine Antithese zu denen würde ich nicht meine würde ich nicht meine ich glaube sie tun es auch nicht aus dem Grund machen weil sie finden oh es hat zu wenig schöne Architektur wenn man eine schöne Architektur baut sondern sie baut es weil es ein repräsentatives Gebäude sie wollen sich in Szene stellen setzen ja und durch das also es ist ein sehr egoistischer Gedanke und man könnte auch gut sagen nimm doch die wieviel auch immer Millionen da verboten worden sind und machen etwas geschützt damit könnte man auch sagen gibt es eine Stadt damit sie nachher ein repräsentatives Gebäude für die Stadt Marrakesch bauen zum Beispiel Marrakesch wird genug profitieren von so einem Bau nehme ich jetzt mal an aber äh ich finde eben ich finde eben sie haben das Geld dazu gehabt das zu bauen wo viele von uns gerne bauen würden und wahrscheinlich nach dem Studium nie mehr die Chance haben werden vielleicht sogar im Studium schon nicht ja selber zu tun wenn ich so eine kacke Wohnbau viermal war ich glaube wir alle haben die Wahl es gibt schon zu wenig Jobs wo so etwas anbieten was ich obwohl ich das Gebäude ausgesucht habe und normalerweise wollte ich immer wenn ich schon das Gebäude aussuchen kann auch gerade ein Lied dazu suchen damit ich weiss dass ich etwas Gutes finde und das habe ich gefunden nein das Gebäude finde ich sicher etwas dazu Gott habe ich gelitten und gelitten und gelitten und ich habe fast nichts dazu gefunden weil irgendwie hat nichts nichts die Sprache ähm würdiger und repräsentiert aber ich weiss auch gar nicht wann ich davon halten soll und bis jetzt noch nicht ich habe es angeschaut und ich und dadurch ist es mir mega schwierig auch gefallen wie die Äsli jetzt finden ich kann es gar nicht fassen weisst was ist es denn überhaupt ja eben ja weil es ist mega schön aber es ist nicht was haben wir denn schon gehabt zum Beispiel die Kapelle im Wald das ist für mich viel klarer gewesen von der Sprache her ja das ist irgendwie so also definitiv schöne Material weil aber so dass es ein Museum ist von einer Firma ist wieder so ein bisschen weiss man nicht eben Fundation in Prada ist zwar mega cool so ist jetzt ein neues Konzept Kapitalismus ist nicht so schlimm immer kann auch mal gut sein ähm was ist denn für eine Architektur irgendwie es geht auf die lokale Gegebenheit ein das heisst es ist nicht ähm es ist zwar momentan salonfähig die Art dass man auf die Umgebung eingeht aber viele würden sagen das ist die richtige Architektur ähm hat auch nicht nötig mhm auch historisch geht Architektur eigentlich nicht wirklich haben wir aufgefunden wie irgendwie dann mehr ja da gibt es immer so ein bisschen die Meinungsverschiedenheiten ja ich meine das sind jetzt so ein bisschen Caminada und Olchatti ja kommen aus dem gleichen Dorf und also nicht ganz aber kommen aus dem gleichen aus dem gleichen 60 Kilometer Land um Kreis und bauen völlig anders zu sein also das sind so die zwei die sagen kannst du vertreten die eine Meinung oder Caminada geht eigentlich nur auf was er herum ist in extrem liebevoll geht er auch mit der Umgebung um und der Olchatti ist mehr so ein bisschen das ist richtige Architektur die gehört da auch an oder so ein bisschen ich definiere die Umgebung also dass sie mich definieren genau ich glaube das ist wahrscheinlich schon eher ein Caminada das ist eher ein Caminada und trotzdem weisst eben das ist es es ist irgendwie Caminada und trotzdem dadurch dass es so luxuriös ist ist es gleich wieder irgendwie in your face mhm mit dem Yves Saint Laurent das muss ja auch es muss das Gold haben es muss den Brunk haben und irgendwie habe ich also ich persönlich fühle mich bei Brunk auch immer ein bisschen unwohl egal wie schön das ist ich weiss wieso du als 19. Jahrhundert ich als Barock Fanatiker ja ist erstaunlich aber ist irgendwie so interessant also ich weiss nicht wie es dir geht aber es ist so ich finde das ist wie wenn Toto Maido durchläuft oder weil Goldküsten statt ich finde im Vergleich zu Maile ist da das Gold extrem extrem wenig gehalten ja es ist wirklich nur das eigentlich das Vordach sobald im Inneren und ja und der Dachrand aber auch der Dachrand der geht völlig unter in der ganzen Konstruktion es ist gut ausbalanciert es ist gut ausbalanciert und eben das Vordach das doch recht massiv ist aber sobald im Inneren Teil bist hast du wirklich gut eben da Sockel vielleicht und ach ja schau da es ist immer Detail aber es ist wenig aber es ist eben es sind so Detail und es ja irgendwo durch braucht es halt vielleicht auch ein bisschen zum das Presstisch erhalten wo du als Yves Salon möchtest und das Coole ist auch oder Presstisch kann man diskutieren ja auch Presstisch und so da kommen immer die Arme und sagen das darf man nicht es muss gerechter sein und so da kommt immer die Frage aber das Yves Salon Logo da drin hat ist wie klar es ist so es macht auch keine Hedel raus es ist das Museum von der Luxusmodemarke also sieht es luxuriös aus das ist doch gar nicht so eine Diskussion und du weisst es von der ersten Sekunde wo du nur schon das Vordach stehst und du siehst es genau durch es ist schon nur schon wenn du die Planstatt hinzugehen wenn du lässst was es ist erwartest du so etwas es ist wie niemand hinterfragt das aber ich muss schon sagen also für das dass es eben so ein mega luxuriöser Modedesigner ist oder was auch immer ist es schon nicht so prunkvoll wie ich mir das jetzt vorstellen würde also finde ich irgendwie ja ich glaube das ja eben es geht es ist dann eben es ist nicht so prunkvoll weil es ich glaube was eben auch zu dem kapitalistischen Ding gehört das Zeug darf nicht edgy sein und es darf nicht individuell oder speziell sein sondern dass wir der breiten Masse konform sein darum glaube ich auch dass sie auf die Umgebung gehen dass sie nicht sagen ja das ist die Firmenphilosophie aber ich glaube das hat damit zu tun oder du bist nicht die Luxus Brand die sagt ich komme jetzt hier hin und ich platziere jetzt hier ich übernehme das ja mit Frank Cary oder so so irgendein Scheiss sondern es ist so es ist zurückhaltend es ist es geht um die Umgebung es ist so es es ist die Ecken wo du kannst an Ecken sind abgeschliffen so oder das und wortwörtlich wortwörtlich genau und ich weiss es nicht und das ist das was mich beschäftigt wenn ich das Gebäude sehe und wo ich es darum so schwierig finde das beschäftigt mich selber weil ich das nicht kann einordnen weil ich das nicht kann werten weil ich es irgendwie schön und gut finde dass man das macht und irgendwie die Kritik verstehe von irgendeinem Hippie der sagt das ist ja viel zu wenig eigen zu wenig original und so und viel zu kapitalistisch und so das ich spüre wie die beiden Kräfte wenn ich das anschaue in mir innen und das und trotzdem finde ich finde es einfach mega schön weisst also ich finde es auch extrem stimmt es ist einfach schön wieso wieso muss es immer anecken wieso muss immer das grosse Kunst Teil sein wo jetzt wieso muss jetzt der Franz Wanners Jahrhundert Künstler sein wo da irgendein freakige shit macht warum kann es nicht einfach so etwas Schönes sein das ist doch auch gut also weisst das ist doch schön ich finde es extrem schön es reicht doch eigentlich wenn es schön ist ja vielleicht persönlich auch aber eben ich glaube da hast du die Möglichkeit die Chance hatte etwas Schönes zu machen weil du halt auch das Geld dazu hast eben es ist halt auch immer etwas Geld abhängig kannst du etwas Schönes machen oder kannst du nicht schönes machen weil schlussendlich wenn du kein Geld hast dann wird es irgendwo durch schwierig aber es ist doch viel schwieriger als wenn du für Yves Saint Laurent baust dass die so etwas bauen und nicht irgendwie ein wie so eine Gurke zu landen oder so ja also so ein abgespaceder freakiger in etwas ja es ist dann auch mit zu viel Geld schwierig zu bauen genau stimmt schon also sie haben irgendwie noch Kurven gekrotzt ja ja aber ja also von Gucci hätte ich es auch nicht erwartet ich hätte es auch nicht von Yves Saint Laurent auch erwartet aber wahrscheinlich liegt auch daran dass ich mich zu wenig mit der Firma kenne also ich kann jetzt nicht unbedingt der Parfüm bei mir im Schränkli stehen ich schon ja und sind es gut ich habe nur Yves Saint Laurent und Parfüm schon ich habe nur ein was ist das ich weiss es gar nicht ich weiss es gar nicht aber ich kenne es sie machen ja nicht nur Parfüm das ist ja Monat nein nein ja klar das ist jetzt einfach ein Beispiel ja ja aber also zurück zu den Liedern wie ist denn dein Approach zu den ganzen Liedern und genau das was ich jetzt erzählt habe das Gefühl kommt bei mir bei einer Musikrichtung sehr stark zugehältig oh oh einer von meiner Lieblingsmusikrichtung okay so ist das K-Pop oh kennst ja sehr gut ich muss den auch gar nicht aufarbeiten ja vielleicht für diejenigen die es nicht kennen wer kennst du gar nichts aber ich kenne den Stil ich habe auch schon Lieder davon gehört was hast du gehört ich habe mir nicht gemüt gemacht den zu merken weil äh nicht mein Stil ja nicht mein Stil ich finde sonst die Pop schon schwierig aber K-Pop ist um einiges schwieriger ich finde K-Pop aber meiniges besser okay nein ich kann ich ich kenne es vor allem auch von so Facebook Videos ja wo so übertrieben laut nachher am Schluss laufen muss weil irgendetwas passiert ist und ich ich tue es immer ein wenig auf das zurück konnotieren okay und ich finde die Videos meistens nicht sehr lustig oder einfach nur sehr schlecht geschauspielte und das regt mich dann ein wenig auf und dann vielleicht ist auch dadurch die Konnotation zu dieser Musikstile ein wenig schwierig also was spannend ist an Pop allgemein ist ja es ist eben genau nicht polarisierend das macht sie aus darum heisst ja Pop Pop Popular Music also das ist eben nicht genau irgendwie das ist eben nicht System of a Down wo polarisierende Texte und polarisierende Musik die man hat wo entweder findest du es geil oder du findest es nicht geil und meistens finden es mehr Leute nicht also richtig nicht geil nicht einfach so ja ich kann es hören sondern richtig nicht geil und Pop ist halt eher so ja ja ist gut ja also es ist einfach mal es ist ja auch neutral es hat nicht viel Anstossfläche oder das ist normaler Pop das ist normaler Pop K-Pop hingegen finde ich richtig geil weil es ist es ist flashy es ist energetisch es ist es ist richtig geil und was mich vor allem fasziniert ist es ist hochkapitalistisch okay das ist alles das ist alles inszenieren gut aber das ist viel normaler Pop nicht anders oder ja aber K-Pop tut das gar nicht verheimlichen das ist allen klar das ist einfach das ist einfach so jeder weiss dass da die Firmen nicht dahinter sind bei den meisten K-Pop K-Pop setzt auch viel auf Musikvideos bei den meisten Musikvideos kommt voraus das Intro von der Firma das ist so es ist einfach klar es macht gar nicht und da finde ich auch noch schön weil es ja wieder authentisch macht aber dadurch dass es eben so kapitalistisch ist und auch das zeigt merkst du dass für so einen K-Pop Song die Gruppe jetzt im jeden Fall die Girl Group aus 4 Girls das ist wie nur das Gesicht dahinter hast du Stage Designer dahinter hast du Grafiker dahinter hast du Manager dahinter hast du Autoren die Texte schreiben dahinter hast du Komponisten die Musik komponieren das ist ein ganzes Konglomerat und irgendwie das finde ich richtig geil wie 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 man etwas machen nicht der eine der irgendwo uns im Zimmer mit der Gitarre irgendwas zusammenklimpern sondern wie ein ganzes Konsortium etwas erschaffen ja so wie bei uns im Job ok ja so wie die Architektur ja das ist zu dem Haus wie viele Leute haben an dem Haus mitgeschafft das ist das ist ein massives Projekteam oder ok und das und erst da kommt so etwas so etwas überhaupt stand also weisst wie du meine mich fasziniert die Komplexität hinter so Organisationen ich hätte es jetzt schöner gefunden wenn du gesagt hättest und genau so ist das Gebäude du siehst nur die Fassade die mega gut und schön und ausgelichert ist und so aber dahinter hast du eine Firma und weiss ich was aber das ist ja nicht schlecht das haben wir jetzt schon diskutiert ja ja aber das ich hätte es schöner gefunden wenn das die Schlussfolgerung gewesen wäre weil jedes Haus also und nicht jedes Haus ist K-Pop oder schon aber jedes Haus hat einen Architekt hat einen Bauleiter hat einen Sanitärinstallateur Sanitärplaner Elektroplaner aber man kann ja die man kann ja die Aufgabe immer verschieden auffassen und ich kann sie und da mich eben das beschäftigt hat wo ich das ausgesehre weil eben das Yves Saint Laurent da so nach Kapitalismus schreibt ich habe das nicht mehr aus meinem Kopf ausgebracht darum habe ich etwas solches müssen bringen ok du ich hätte auch das Material wenn ich habe ich aber auch schon gemacht ja 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 hast du das sehr schön beschrieben irgendwie ist das jetzt keine eben ich habe das Gefühl die Frage ist auch unsere Gesellschaft die ist noch nicht gelöst traditionell ist es so Museen werden von öffentlichen Handbau die sind neutral am besten ist auch in der Echte auch neutral die werden öffentlich gedreht die sind von Spendegeldern vom Staat finanziert und jetzt gibt es mehr und mehr grosse Firmen wo sich das Image aufpusten oder wirklich ernst meinen da sagen wir mal dahingestellt und selber Museen bauen Prada, Milan oder das sind wir eben mit dem Studium gehalten dort hat mich die Frage schon anfangen zu beschäftigen und jetzt da beschäftigt es mich wieder das ist so ich glaube das ist eine Frage die wir uns stellen in unserem System ja und darum habe ich Musik gesucht wo aus dem gleichen Ding rauskommt ja ok und wo auch melodisch zu dem zu dem passt lassen wir laufen und dann werden wir weiter jetzt weiss ich nicht dass ich das hier auch höre mit dem Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt 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 Das war's für heute. Die Zeit von Boston Like pink in your, like pink in your Baby, 날 터질 것처럼 안아줘 그만 생각해 뭐가 그리 어려워 거짓말처럼 키스해줘 내가 너에게 마지막 사랑인 것처럼 마지막처럼, 마지막, 마지막처럼 마지막 밤인 것처럼, love 마지막처럼, 마지막 마지막처럼 내가 너의 사랑인 것처럼, love okay, blackpink, hör, wie ich jetzt meine blackpink, das ist film oder ist das band? das ist band, blackpink das ist post, ja es ist aktiv, darum wollte ich das Video zeigen es ist flashy, es ist Material verliebt, es ist Farbe verliebt, es hat Referenzen zu alten Sachen wie Süden, wie Autos haben wir gesehen es hat da viel Modernes drin, es hat abgespaced Outfits, es ist eigentlich es ist völlig überladen es gilt für 983% von Kpop Songs, oder? richtig, richtig aber die aber ich muss auch sagen, das Video habe ich jetzt nicht so schlimm gefunden, ich glaube es gibt noch viel schlimmere, oder? ja, es gibt noch schlimmere also eben, wie ich bis jetzt mal so am Rand mitbekommen habe, ist das eigentlich noch ziemlich armlos war wieso habe ich die Aussage mit dem Kapitalismus, wie gesagt mit der Materialverliebtheit erinnert mich immer daran sie haben etwas Musikisches im Refrain einen Tonartenwechsel wo es ganz spannend macht die Strafe und was mich daran erinnert dass da sehr viel um Rundung und Ecke geht das sind die zwei dominanten Körper, die miteinander spielen und harmonieren was auch im Lied eben durch die verschiedenen Tonarten passiert und das Lied ist es ist Pop, es ist nicht es gibt mega viele extreme und aggressive Kpop Lieder oder mega Balladen oder so und da ist einfach der fröhlich es läuft gleich ein bisschen es ist gleich energetisch und das finde ich passt einfach gut so Kannst du mal den Innenhof zeigen? Und wenn du dann den Innenhof gesehen hast und jetzt dort in die Mitte vom Boden liest und hörst und das Lied laufen lassen würdest du sagen mal genau was an was ich gedacht habe oder wärst du eher dann so ein bisschen ist aber verdammt dass die Musik laufen lassen in diesem Museum drin Ich habe jetzt wirklich nicht in diese Situation ich liege da in der Mitte am Boden ja was auch immer aber ich habe einfach das Gefühl wenn du das Lied hören würdest in dem Gebäude wenn das durch die Halle Halle würde dann wärst also ich weiss nicht wie es dir geht aber ich würde mich wirklich fragen wer sich den Scheiss überlegt hat was du auf den Bildern nicht siehst ist du siehst keine Ausstellung und du siehst keinen Menschen wenn ich das Gebäude sehe stelle ich mir das an das ist so ja weil ich bin Prada ich weiss auch nicht irgendwie kommt man das immer wieder ja ich bin auch nie dort gewesen ich weiss nicht wie es belebt aus dem Spock kann man sagen ich kann nachvollziehen ich finde es schön wie du in dem Sinne argumentierst oder mit der Materialverliebtheit zum einen mit dem Kapitalismus wo ja da auch nicht versteckt wird gleich wie bei den Liedern die du sagst Flashy finde ich jetzt weniger nein Flashy ist weniger das stimmt aber Materialverliebtheit vor allem das finde ich mega schöne wie sagen wir das Übertragung eigentlich aber es sind dann auch verdammt verschiedene Materialien also weiss ich sehe es einfach nicht in dem Museum zu sein K-Pop zu hören und zu finden das ist doch jetzt völlig idyllisch das wäre so gut es wäre gerade überall K-Pop also schon aber irgendwie zur Situation passen würde das glaube ich zu weniger finde ich und ich habe gewusst dass du wahrscheinlich etwas dass du das Gebäude als sehr etwas ruhiges etwas bewusstes etwas so anschaust und denkst ja scheisse geil ich mache etwas anderes ich zeige es ihm aber es ist ja viel Spaß zu diskutieren nein völlig finde ich cool finde ich auch gut eben so wie du argumentierst finde ich es eine schöne Argumentation eben ich könnte mich jetzt einfach nicht in die Situation ich verstehe deine Kritik wo das Lied dann zu dem Gebäude passt in dem Sinn so dass also wenn ich die Beschreibung nicht dazu habe dann sehe ich die Verbindung nicht richtig so das ist so das ist so und ich suche immer halt das Lied wo wo die Verbindung noch genug ist dass man noch selber auf die Idee kommen kann du suchst immer das Lied wo du jemandem kannst beide Sachen geben ohne Erklärung und sie überstehen genau genau und sie fühlen sich wohl wenn sie im Gebäude stehen und das Lied genau so oder umgekehrt sind das Lied und bei dem Gebäude stehen ich suche eben immer noch verschiedene Approaches wie das man dort passen kann es muss nicht immer die Wirkung des Gebäudes sein eben vielleicht kann es etwas anders sein nein finde ich gut also du meinst also wenn du jetzt raten müsstest auch wenn du es vorher gesehen hast wenn du jetzt raten müsstest was ich ausgewählt habe was hätte ich ausgewählt ich hätte jetzt gedacht du hättest ähm eine Ballade genommen eine Ballade vielleicht eine Rockballade oder irgendetwas ähm mhm ja ich weiss nicht ich habe auch ein, zwei Balladen also Rockballaden gehabt aber irgendwie war es nicht genug es war irgendwie nicht befriedigend miteinander irgendwie es war immer noch es war eine andere Sprache ein anderes Feeling ich bin mir auch nicht sicher bei dem Lied das ich jetzt ausgesucht habe ob das das Richtige ist ja ich bin mir noch nicht sicher weil irgendwie äh ich bin auch nicht völlig überzeugt aber ich habe mal gefunden ja gut gehen wir mal mit dem ins Rennen der Jonas wird irgendwann K-Pop Scheissdreck holen auf jeden Fall auf jeden Fall bin ich irgendwann bei Puccini gelandet weiss nicht ob das kennst ich glaube du bist zu lange da zu meinen nein das war im Winterdurch Puccini auf jeden Fall ja das kennt eben nur sehr äh gebildete ja irgendwie so ein Klassiker oder so ein Klassiker oder so ein Klassiker oder so ein Klassiker aber ich habe auch nicht das originale Lied genommen sondern äh demso ein Cover wenn du so sagen willst ähm in auf Piano gespielt ist das im G-Dur gehen wir mal mit G-Dur ja also vielleicht würdest du es abspielen lassen vielleicht würdest du mir noch Fragen dazustellen ich weiss nicht ich lasse mal abspielen das kann jetzt da dann können wir da ja so schau dann schau das schau dann schau dann schau dann dann schau Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein. Allerdings würde ich jetzt, wenn man so mit der Amsterdamer Schuhe vergleift, niemals ein Klavierlied für so ein Gebäude aussuchen. Das stimmt auch wieder, ja. Zwar ist alles ein bisschen anders gemauert und sie bringt ja Figuren aus Backstein, aber es ist nicht das, wo alles verschiedene Mauerverbände sind und so wunderschön aufeinander kommen. Weisst du, es ist so, es ist so reinig, das scheisse Ding. Es ist wirklich geil. Ja eben, ich habe halt die Dualität irgendwann mal rausgehört, also ich war immer im Bett gelegen und dann ist, als ich Puccini am Hören gesehen habe, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht. Irgendwann ist das gelaufen und ich bin schon mit dem Gedanken beim Znachtziehen oder was auch immer. Und dann nutzt man so, wow. Die tiefen Töne, die hohen Töne, der Sockel, der Aufbau. Es hat einfach gestimmt für mich ein bisschen. Und eben, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das wirklich gerecht wird, dem Gebäude, das Lied. Aber ich habe das Gefühl... Eben, ich habe das Gefühl, viele Leute würden meinen... ...Mol? Wäre dann beim K-Pop wahrscheinlich die meisten Meinung. Nein? Das wäre auch meine Kritik an deinem Lied, das ist zu banal. Das ist toll. Aber wir haben das immer. Ich bin immer der Banal, der versucht irgendwie das Mainstream zu ziehen und du bist der, der... Nope. So wie ich es will. Aber ich mache mit etwas Mainstream und etwas nicht Mainstream. Hä? K-Pop ist ja... Top ist ja per se Mainstream. Ja gut. Aber... Ich bin der Cominoda, du bist der Ujati. Ja. In dem Fall, ja. Was ich im Artikel gelesen habe, ist, dass der Innenraum sich abhebt vom Aussenraum. Es ist auch weniger, weniger aus dem Innenraum. Und sie haben die Metapher von einem Anzug gebracht, wo ja auch innen dran eigentlich einen Futterstoff hat, wo auf die Haut geht und aussen dran ein Aussenstoff, der halt zum Wetter gerichtet ist. Ich sehe das eigentlich gar nicht so stark im Projekt. Gut. Vielleicht liegt es daran, dass man halt einfach die falschen... Also, zu wenige Bilder dafür hat. Also da finde ich es sehr. Ja, extrem, ja. Da... Da kommt es zur Geltung. In diesem Auditorium ist es recht gut sichtbar. Ja. Wie so das Innere und Äussere. Wenn ich aber auch schön finde, oder? Es gibt so die Idee von der Architektur hier, jetzt muss alles gleich sein, aber... Ich finde auch, wenn du ein Bild aufhängst, soll es ja an der geschützten Seite sein. Und wenn du in dem Sinne auch die Materialien spürst, finde ich das nicht schlecht. Ich finde das super eigentlich. Ja. Aber eben, ich finde jetzt in dem Gebäude nicht... Also, bis auf den Raum, wo wir jetzt vielleicht beide ein wenig ausnehmen können, finde ich, haben die Bilder das jetzt nicht unbedingt gezeigt. Vielleicht liegt es halt auch daran, dass wir die falschen Bilder haben. Ich glaube, da müsstest du wie dort gewesen sein, um das wirklich zu beurteilen, ob das wirklich so ist, oder nicht. Aber ich finde auch, momentan ehrlich sind, die Architektur sind immer ein bisschen schwierig, weil es sind immer Architekten... Also es ist gestanden, es ist von den Architekten geschrieben, ja. Sie sind immer von den Architekten geschrieben. Ich habe noch nie einen Architekten gesehen, außer einer, der Architektur begleicht. Aber meistens sind es auch... Aber du tust ja dein Projekt dort drauf. Also abgedeckt. Schon. Warum? Eigentlich nicht so. Ich weiss ja, wie sie sonst zu dem Projekt haben. Ich habe gemeint, dass es eine Webseite, die in dem Sinne dich anfragt, um nachher zu plänen, oder eben nicht. Da beziehst du mich stark. Ich würde mich jetzt wundern. Ich weiss es nicht. Ich kann es so nicht sagen. Kann auch gut sein, dass es sich selber aufhört. Aber es steht immer, es steht immer, provided by the architects. Und dann finde ich immer, du musst immer mit Bedacht an die Texte hinzugehen. Weil... Du kannst immer alles schöner schreiben, wie es ist, oder? Und... Ich glaube, gerade auf so einer Internetseite wie ArcDaily, wo es sehr viele Laien auch drauf gehen. Wahrscheinlich. Dort, äh... Vielleicht sieht nicht jeder, was es ist und was es nicht ist. Und was nur behauptet wird und was wirklich gebaut wird. Aber, ähm... Ja. Darum... Ich sehe das jetzt weniger. Aber ich würde auch nicht behaupten, dass es nicht so ist. Weil ich bin zu wenig von den Projekten gesehen. Ich glaube, das ist auch ein Gebäude, wo jetzt nicht in eine Archäthese oder so reinzukommen. Wahrscheinlich nicht. Es ist zu wenig. Ja... Zu wenig anders. Ja... Ich finde es irgendwie schade, dass es nicht mehr kommt. Weil es hätte es schon verdient. Aber es ist wie... Ja gut... Meinst du nicht? Ja, es ist wie... In einer Storlesung könnte es gut vorkommen. Meinst du? Ja. Weiss es nicht. Ich finde... In einer Archäthese könnte es eigentlich auch vorkommen, weil es halt nicht von da ist. Oder? Ja, also wenn es Archäthese-Thema Nordafrika oder so... Ja. Also, ob das ein Projekt ist, wo... Ich glaube, die Ideen sind gut. Archäthese-Kapitalismus. Ja. Ja. Da wären da andere Gebäude drin. Ich weiss nicht. Ist ja nicht so schlecht. Ist ja eigentlich egal. Ja. Aber ich finde es cool, dass du es schön findest. Ja, weil... Mich fasziniert es total. Ich glaube, das ist ein Gebäude für die Leute. Und nicht für die Ablechte. Meinst du? Ich glaube, viele Architekten sagen, das ist zu fancy. Das ist zu... Mit dem Gold und so. Das ist zu wenig echt und zu wenig original. Aber die Leute fänden es geil. Das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Das würde ich jetzt nicht unterschreiben, was das Architekt noch nicht schätzt. Okay. Meiner. Das erinnere mich an Bjarke Ingles. Weil ich habe für die Leute gebaut und nicht für die Architekten. Ja, und der kommt ja so schlecht an bei Architekten. Der kommt mega schlecht an bei Architekten. Frag mal in der Schule. Z.H.B. Sag mal Z.H.B. Du hättest das Bjarke Ingles Referenz. Dann gehörst du nur... Schöp. 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 Ich meine, ich habe ja schon Vorträge von ihm in Harvard gesehen. Für Architekturstudenten. Ja. Ich weiss nicht. Vielleicht ist es auch unsere Schule oder die Schweiz. Wo habe ich irgendwie das dann nicht... Vielleicht ist die Schweiz noch nicht bereit für ein grosses... AAAAAAAAHHHHH! Der ist gut. Der ist gut. Äh... Ja. Hast du dir noch etwas zu sagen? Ähm... Oder etwas, was du Spezielles erwähnen möchtest. Oder eingehen möchtest. Wieso, wieso hast du dieses Bild wollen? Eben, weil das halt eben die verschiedenen... Äh... Varianten aufgezeigt. Oder ein Paar von den verschiedenen Varianten, wie mit dem Backstein umgegangen wird. Mhm. Und ich finde das... Fast das beste Bild... Nein, finde ich nicht, weil der Socken fällt. Aber ich finde es ein gutes Bild, um die hohen Töne ein wenig aufzuzeigen. Wo du nicht genau weisst, was passiert zum Tag. Aber... Aber du findest es auch nicht... Es stört dich auch nicht, dass du nicht ganz vorauskommst. Du kommst auch schon recht gut aus, ne? Es ist immer der gleiche Verband. Es ist... Es sind einfache Winkel. Es ist nicht immer der gleiche Verband. Es ist nicht immer der gleiche Verband. Du mal das Aussenbild zeigen. Es ist immer der... Immer der... Jetzt zeig mal nachher an. Es sind ganz andere Verband, nur noch oben. Kannst du nicht nachher an? Aber ich sehe es einfach da. Ja, okay, der oben ja. Also das ist... Schau da, das sind... Ah ja, da hast du auch noch mal einen anderen. Ja, und der... Ja gut, der ist... Der Doppel... Der Doppel-Läufer-Verband da. Schau da. Da siehst du wirklich besser. Also zuerst, nach dem Teragot hast du Doppel-Läufer noch, erst der... Ich weiss auch nicht, wie der heisst. Hier zwischen dem Teragot hast du auch noch etwas. Das ist auch noch etwas, genau. Aber der Platz ist einfach definitiv. Ich weiss nicht. Ich finde es einfach schön, dass das so ein fliessendes Leben ist. Ja, ich finde es mega schön. Und nach oben hast du es komplett gesagt. Aber jetzt mit dem Bild... Ja, ja. Also in dem Bild ist es immer der gleiche... Weisst du jetzt? Ist immer der gleiche Verband. Ja, einmal steht er raus, einmal steht er doch nicht so raus. Ja. Ich finde es schon nicht ganz klar, was mir gerade gezeigt wird auf dem Bild. Aha, du kannst ja... Ja, das ist sogar das Fenster, wo es spiegelt. Ist ja fantastisch. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe gesagt, es gibt auch 5 unterschiedliche Bilder. Wenn du siehst, das ist ein Rund. Ah, das ist ein Rund. Das ist die Seitenwand, das ist die Seitenwand. Genau, ja. Das ist zum Schliessen wahrscheinlich so eine Wand, oder? Keine. Okay. Weiss eigentlich gar nicht. Ja, hinter der Fenster muss es dunkel sein, sonst ist es nicht so gut zu spiegeln. Stimmt. Ja. Nein, ist geil. Ja. Ich finde es geil. Ich finde es jetzt genug analysiert. Wir sehen es ja nicht so unterschiedlich. Also wenn wir dort sind... In Totonil Ausflug. In Totonil Ausflug. In Totonil Ausflug. In Totonil Ausflug. Ich weiss mal, falls wir mal mit Marrakesch sind. Ich glaube Marrakesch. Marrakesch ist sehr unenswert. Allgemein, ja. Sehr zu empfehlen. Von dann her. Da. So geil. So geil. Ja. So geil. Ja. Ja. Ja, gut. Und ich würde sagen, uns sind die Worte ausgegangen. Wir sind vielleicht fast schon sprachlos. Ab dieser... Nein, geht nicht. Vielleicht sind wir ein wenig sprachlos ab unseren Wahlen. Für Lieder. Aber wie... Ich sage das jede Folge. Seit der ersten sage ich... Ich bin erstaunt, wie wir in jeder Folge... Ich sage es seit der ersten Folge... Wieder ähnliche Gebäude haben und komplett andere Lieder dazu oder umgekehrt. Wie unterschiedlich wir... Und trotzdem könnte ich sagen... Mal. So wie du es erklärst. Sehe ich das jetzt? Ja. Vielleicht sind wir einfach Depp und wollen nicht... Aber ich finde das schön. Also ich könnte mir so beibehalten, oder? Also irgendwie... Ich bin auch mal einer, ja. Gut. Das nächste Mal komme ich da mit dem System of a Down Song... Und schaue, ob ich mich da aus der Reden kann. Das wäre auch mal eine Challenge. Ja, lustig. Das wäre aber mehr so... Na ja, eigentlich... Eigentlich... Oh. Jetzt können wir auch noch... Ja. Würdest du abschliessen? Mit dem Sprichwort... Ich würde meinen... Weil wir haben schon lange das improvisierte Sprichwort am Tag mitgemacht... Ja. Weil wir einfach das Gefühl hatten... Ähm... Es gibt ein gutes Sprichwort als Zusammenfass, oder? Ja. Du mal... Verzähl mal das Sprichwort, warum man das Sprichwort vom Dreck... Ich fange einfach an... Und du musst... Kennst du dann... Ja. Ähm... Wenn der Bachsteinverband sich in der Ebene ändert... Dann ändert sich auch der Schatten im Volumen. Wie gesagt... Hättet ihr sicher schon gehört... Wir wollten ihn einfach wieder auf die Situation herbringen... Und euch näher bringen... Das improvisierte Sprichwort vom Tag... Und an dieser Stelle verabschieden wir uns... Wir danken für's Zuhören... Unsere Zuhörer, oder Hörer, oder Schauer... Und... Schönen Abend! Aber aus der Edout ist scheint... Und das Ist schon mal noch aktiv Yourself... war wirklich conosheipcat... Wir hatten mich darum, dass ich nochmal vorhin höre...